Ich begrüße euch. Mein Name ist Walter Hege. Vor jetzt 17 Jahren war meine unheilbare Erkrankung ohne jeden Zweifel schulmedizinisch festgestellt. Meine Lebenszeit sollte noch etwa sechs Monate dauern und es war ein menschlich hochstehender, wohl tief empfindender Medizinprofessor, der mich bei seiner Nachricht fast in den Arm nahm. Er erläuterte mir, warum es aus medizinischem Wissen heraus keine Heilmöglichkeit gäbe. Ich wollte natürlich noch nicht sterben und ich koppelte mich deshalb vollkommen vom System der Schulmedizin ab. Ich machte mich selbst auf den Weg. Diesen Weg meiner Gesundung, welcher allein über den Weg des Geistes, über die geistige Steuerung erfolgte, gebe ich hier weiter. Und diesen sicherlich ungewöhnlichen Weg möchte ich in den Videofolgen darlegen. Um einen Verstehensüberblick zu erhalten, vorneweg das Interview, das Magister Prof. Dr. Michael Vogt auf dem Kongress von Querdenken TV in Köln-Bergheim mit mir geführt hat. Bitte schön. Walter, das was Wessner gerade am Anfang gesagt hat, war ja bei dir der Ausgangspunkt, dass im Prinzip man dir mitgeteilt hat, du kannst dich verabschieden, das geht zu Ende. Es ist absehbar und es ist auch zeitlich definiert und terminiert. Aber du sitzt jetzt hier immer noch da und du hast sehr aktiv das Thema Gesundheit für dich persönlich und inzwischen auch für andere mit eurer Selbstheilung online aufgegriffen und umgesetzt. Wie lief das? Wie kam das? Ja, ich bin richtig fröhlich hier. Meine Vorredner, Herr Glöckner, die Kühe haben mich nicht fröhlich gemacht, aber eigentlich habe ich mich selbst wiedergefunden, auch jetzt mit dem direkten Vorredner. Denn das hängt alles zusammen und so wie die Kuh verendet ist, so stand auch ich kurz vor dem Suizid meines Körpers tatsächlich. Und ich hatte glücklicherweise mich schon vor dieser Diagnose, und ich hatte nicht mal die zwei Prozent, die ein Krebskranker mit Chemotherapie hat, ja, mich zum Glück, das war vor 16 Jahren übrigens, habe ich mich mit der Steuerung der Materie durch kosmische Energien beschäftigt, intensiv. Ich war damals im Forschungskreis für Geobiologie Dr. Hartmann e.V., Seminarleiter. Und die Selbsthilfegruppe war ganz in den Anfängen. Und damals war es schon für mich so interessant, wie setze ich das theoretische Wissen um in tatsächliche Praxis. Wir hatten mit Professor Meil die Tesla-Übertragung, drahtlose Elektrizität nachgebaut, hat funktioniert wunderbar. Wir hatten mit Professor Popp, damals in Kaiserslautern, mit freier Energie Gießwasser informiert für Pflanzen, die sind also so gewachsen. Wir hatten elektrostatische Felder verändert von Fischen, dieses Urzeitcode. Wir hatten die Erlaubnis von Novartis, das Patent von Zypergeige nachzubauen. Unheimlich spannend, es kamen andere Fische raus. Also wir waren so richtig schon drin und dann kam dieser Schlag bei mir, aus, Ende, vorbei. Und noch in der Klinik konnte ich mit den behandelnden Ärzten klären, was müsste denn mein Körper tun, damit das Gewebe sich großflächig so verändert, dass ich tatsächlich noch überleben könnte. Und wir haben das besprochen und ein sehr gütiger Professor war das damals. Und ich habe mir sofort ein Radionikgerät gekauft. Ich wusste ja schon um diese Steuerungsfähigkeit des morphogenetischen Feldes, nicht mit Hawkins beschäftigt, mit all den Leuten. Und ein Radionik und einen nagelneuen Laptop. Und ich habe nicht das verhandene Programm übernommen. Ich habe acht Sätze etwa herausgefiltert, was mein Körper tun müsste, um doch noch zu überleben. Also jetzt auf der schulmedizinischen Information, den Input quasi umgesetzt in acht Kernaussagen. So Wirksätze bieten an das göttliche Feld, an das Universum. Und die sind dann im Zehntelsekundentakt Tag und Nacht gelaufen, Tag und Nacht, immer wieder, immer wieder. Das war die Software. Und ja, endlos ging das dann. Und nachdem also das halbe Jahr um war, das man mir gegeben hatte, war ich eigentlich schon vollkommen im, ich war die ganze Zeit vollkommen im Vertrauen. Allerdings der Zeitfaktor der Umwandlung von Materie, nicht, da saß mir immer ja doch schon ein bisschen im Genick, aber das halbe Jahr ging rum. Und nach 16 Monaten Endlosprogramm, Tag und Nacht, knallte die Festplatte. Und ich nahm das als Zeichen des Himmels, wies mich selbst in eine Spezialklinik ein, denn ich hatte keinen Arzt, es hat mich keiner behandelt, weil ich jede Medikamente abgelehnt habe. Ich wollte gerade sagen, du hast während der Zeit, aber das, was man schulmedizinisch vielleicht noch allopathisch, chemisch, synthetisch hätte machen können, das hast du alles abgelehnt. Grundsätzlich, also nehmen Sie doch wenigstens A, S, S hat dann noch mein Arzt damals gesagt, wenigstens, habe ich gesagt, tut mir leid, ich nehme Acerola, Vitamin C, natürlich, verdünnt mein Blut. Gut, ja, aber zu diesem Veränderungsprogramm in diesen 16 Monaten gehörte die ganz wichtige materielle Seite der Ernährung. Mein Vorredner, nicht? Ich wusste auch schon vom Darm, ich wusste schon von effektiven Mikroorganismen, die ein Freund von mir in seiner Garage damals gekocht hatte und mit denen ich mich vollgepumpt hatte, mit diesen schönen zwei Namen da von diesen Beißerschen. Und ja, ich hatte die Nahrung vollkommen umgestellt in den 16 Monaten, dabei nochmal gut harmonisch 10 Kilogramm Übergewicht abgenommen. Du hast dich einweisen lassen, hast du gesagt. Was haben die denn festgestellt? Ja, am nächsten Morgen kam der Stationsarzt mit einem fröhlichen Gesicht, sagt Herr Heger, Sie können nach Hause gehen, frühstücken Sie noch schön, Sie sind vollkommen gesund, nicht ein Laborparameter ist im negativen Bereich. Also nach 16 Monaten eines solchen mentalen Selbstsuggerierens und verweigerns jeder klassischen medizinischen Lösung, und einsetzen aber auch des neuronalen Großhirns, in die Realität gehen, was esse ich, welchen Zucker, welche Kohlenhydrate, nicht, wir essen ja Kohlenhydrate, Eiweiß, 4 zu 1, das ist völlig absurd. Ich habe also sofort aufgehört, jegliches Mehlprodukt zu essen, zum Beispiel, braucht man nicht, Zucker, komplett, also aber das wird jetzt zu weit führen. Also ich ging jetzt aber der brennenden Frage nach, welche emotionalen Bedingungen, welche mentalen, welche außenkonditionierten Bedingungen haben dazu geführt, dass mein Körper kurz vor dem Suizid stand? Und das war also diese ganz spannende und brennende Frage, was ist da gelaufen? Und mit dem Buch von Capra, Fridjof Capra, das Tao der Physik, schlug bei mir die Erkenntnis durch, dass ich bis zu diesem Zeitpunkt vollkommen fremdgesteuert und außengesteuert mein Leben verbracht habe, nicht, und immer sehr zufrieden war, es ging mir immer sehr gut, aber auch komplett außengesteuert. Und dabei wurde mir bewusst, dass die Bedingungen, die zu einer Krankheit führen, zwar individuell erlebt werden, aber an für sich kollektiv sind, dass dies unserer ganzen westlichen Gesellschaft übergestülpt ist und wir alle davon betroffen sind. Und die Selbsthilfegruppe, die ich hier repräsentiere, wir sind inzwischen die Größte, die Wahrheit weitaus Größte, nicht, die meisten sind ja Tarnorganisationen der Pharmaindustrie, nicht, wenn sie groß sind. Und die Selbsthilfegruppe war also mein Weg, um diese Erkenntnis nach außen zu tragen. Du hast auf zwei Faktoren weist du hin, das Thema Bewusstsein und das Thema Licht. Du hast Professor Fritz Albert Popp angesprochen beim Thema Licht, Photonen, und die Erkenntnis sind da gewonnen, was bedeutet das in der konkreten Umsetzung Bewusstsein? Das hast du sehr schön dargestellt, wie du das selber praktiziert hast. Welcher Faktor ist oder was bedeutet das Thema Licht? Ja, es gibt zwei Heilfaktoren allein auf der Basis, ganz tief. Bewusstsein und Licht. Bewusstsein steuert das Licht und aktiviert das Licht im Körper. Ist ja unstrittig seit Popp, wie das funktioniert. Und der erste materielle Stoff ist der Sauerstoff, der dann aktiviert wird und sein Transport in die Zelle und dafür der große Otto Warburg 1931, der Nobelpreis, hat er entschlüsselt, wie Krebs entsteht und wie lange ist das her. Also wenn man sich überlegt, dass er 1931, dass diese Erkenntnis so viele Jahrzehnte, fast ein Dreivierteljahrhundert oder ein Dreivierteljahrhundert alt sind, dann fragt man sich natürlich, wieso es dazu kam in der westlichen Gesellschaft, dass der Faktor Sauerstoff und damit der Faktor Licht in der Stufe davor bis heute eher keine Rolle spielt und die Krebspatienten eben anders umgebracht werden. Ja, die Antwort wissen wir ja alle. Und es ist, wie der große Fritz Albert Popp in seiner Biologie des Lichts schreibt, wir alle sind sich bewegende Lichtmuster. Und dieses Lichtmuster, das ich bin, das auch nach außen strahlt, dieses Lichtmuster steuere ich und verändere ich mit meinem Bewusstsein. In beide Richtungen. In beide Richtungen. Der eine Weg ist, das vom Schlaf erwachte Bewusstsein versetzt dieses mein Lichtmuster durch dieses Leben verunreinigt wieder in eine reine Form bis hin, sendet Licht bis hin in die Mitochondrien der Körperzellen hinein und das Gegenteil mit meinem getrübten Bewusstsein der Konditionierung lasse ich zu, dass mein Körper allmählich zu einer Gifthalde wird. Nicht, dass das passiert, diese Plagbildung, diese Ablagerung. Und diese wiederum verhindern die Lichtbahnen bis in die Zellen hinein. Die Zelle ist umstellt mit Müllpartikeln und das verhindert auch den Sauerstoff, dass der in die Zelle kommt. Die messbare Energien von 100 Millivolt Aktionspotenzial wird dann weiter runter, runter, runter bis 30 Prozent und runter. Und dann ist er zu Ende. Also wichtig ist ja dann auch, dass in dem Moment, wo ich das selber in die eine oder die andere Richtung steuern kann, rede ich ja noch gar nicht von dem, was sonst an toxischen Belastungen durch Umwelt und alle möglichen Sprühaktivitäten auf uns niederprasselt. Ich kann ja hier die Basisweiche in die richtige oder in die falsche Richtung stellen. Ich muss aber die Realität erkennen, wie sie ist und deswegen auch mein neues Buch, das ja jetzt erschienen ist. Es ist ganz, ganz wichtig, die Realität zu erkennen. Und die Anleitungen, die ich auch in diesem Buch gebe, entstammen der Weisheitslehre der Veden, den Upanishaden. Die kommen aus der Shambhala-Lehre des tibetanischen Buddhismus, die Ausbildung zum spirituellen Krieger. Und dann ist ganz wichtig, der Meister Eckart mit seinen Sätzen, Jido Krishnamurti, der Weltenlehrer und dann die Sufis. Dieses grandiose Heilsystem der Sufis habe ich mir nicht erlesen, sondern ich habe es eins zu eins durchlebt. Und weil es gibt keine Bücher darüber, aber ich habe dann ein Buch darüber verfasst, das erste überhaupt, weil die veröffentlichen an für sich nichts aus ihrem System und ist jetzt in der dritten Auflage, dem Pfad der Sufis gehen, könnte für manchen hochinteressant sein, zur Veränderung der Software. Also diese alten Weisheitslehren, die du angesprochen hast, sind im Grunde genommen eine seit Jahrhunderten vorliegende Basis, auf die man zurückgreifen kann, wenn man denn das wollte. Das Wissen ist bekannt, das Wissen liegt vor und damit kann ich die Stellschraube im Organismus entsprechend in die richtige Richtung bringen. Ja, und ist deckungsgleich mit den modernsten, mit den brandneuesten Erkenntnissen. Ich habe also Paul-Emile Charon, diesen grandiosen französischen Physiker, mit beiziehen können, der mit seiner Theorie der denkenden Elektronen, er hat wunderbare Verstehensbilder geschaffen. Und auf ihn bin ich aufmerksam geworden, weil im CERN, in der Schweiz, im Institut, eine Notiz hat mich fasziniert. Der Mann konnte da lesen, dass ein Elektron eine größere Speicherkapazität besitzt als das komplette menschliche Gehirn. Und genau das hat Charon verstehbar gemacht. Und Charon erklärt exakt, wie durch neuen Informationstransfer in die Zellspeicher hinein ein Leben komplett verändert werden kann, und zwar ohne Zeitfaktor. Wobei, man sollte vielleicht auf die Zahlen mal hinweisen, was das im Organismus bedeutet, das Thema Elektronen. Ja, und deswegen habe ich das also auch nachvollziehbar, ich habe sein ganzes Lebenswerk durchstöbert, monatelang, nachvollziehbar für jeden denkenden Menschen dargestellt. Wir haben als Erwachsener etwa 50 Billionen Körperzellen, und die müssen wir jetzt mal 100 Milliarden nehmen. Um auf die Anzahl der Elektronen zu kommen. Und dann kommen wir auf die Elektronen. Das ist eine Wolke, unsere persönliche Elektronenwolke, 50 Billionen mal 100 Milliarden. Und da heißt der Umkehrschluss, das Bewusstsein meines Elektronenfeldes, das bin ich, das ist meine Wesenheit. Und mein Ich, mein großes Ich, und mein Geist, das ist nichts anderes als das komplette, das denkende Elektronenfeld. Und ich muss aber durch Klardenken in der Beobachtung in die Realität mich begeben, um die Elektronen zu informieren, durch klares, nicht gedeutetes Beobachten dessen, was um mich vorgeht. Es bedarf also auch so einer gewissen Gedankenhygiene. Ja, das äußere Milieu muss sondiert werden. Damit bekommen die Elektronen ihre neue Information der Realität. Und sie beauftragen dann quasi die Körperzellen, das innere Milieu, die Materie zu verändern oder zu stabilisieren. Je nachdem, wie ich lebe. Und B, was ganz wichtig ist, mein Leben im Außen wird völlig anders. Nicht? Meine Handlungen werden völlig anders. Ich bin in den 15 Jahren, muss man meine Frau fragen, sie ist immer noch die gleiche. Ich habe mich in den 15 Jahren, ja, das war auch ein schwieriger Weg, Michael. Ja, das kann ich nicht beurteilen. Entschuldigung, aber du musst es bestätigen. Eine Veränderung in einer Beziehung, ohne dass sich beide verändern, funktioniert ja gar nicht, geht ja gar nicht. Gut, also, ja. Das ist etwas, was von der Technik her, wir haben von den alten Weisheitslehren gesprochen, sich jeder aneignen kann oder bin ich, wenn ich da vielleicht nicht zu fähig und in der Lage bin, fatalistisch den Dingen ausgeliefert? Oder kann ich das? Jeder. Jeder, der den Willen dazu hat. Denn wenn ich die Stufe des unbewussten Denkens überschreite, und das ist der Knackpunkt, wir leben ja alle, nicht, eben war ich draußen, da sind diese da rumgelaufen, haben sich mit giftigem Metall hier Pickelhauben gedreht und laufen hier rum und nicht. Die Leute leben in einer Illusionsblase ohnegleichen und wenn ich da drin bin, ja, da kann ich ja nicht gesund werden. Und, ja, das Konzept unserer Selbsthilfegruppe ist, diese Selbstheilung über den Geist, die ich auch in dem Buch klar dargestellt habe, die nicht zu glauben ist, sondern die über den neuronalen Verstand nachzuvollziehen ist. Und die Technik ist, dass ich mir aus dem göttlichen Feld Hilfe suggeriere. Das heißt, ich rede mir die Hilfe ein, ich bilde mir die Hilfe ein und dieses Bild gibt die Anweisungen an mein Elektronenfeld. Und das wiederum an die Steuerungsneuronen. Wir haben 200 Milliarden Neuronen, jeder Homo sapiens davon, sind nur 20 Milliarden denkender Verstand. Und wie ist der so hochmütig und eingebildet und er zählt einen Mist, nicht? Und die 180 Milliarden, das steuert unseren Körper und die 50 Billionen dann Zellen. Und durch diese Suggestionsmethode, die wir vertreten, stellen wir quasi diese verlorene Verbindung des Bewusstseins, der menschlichen Bewusstseinsstufen, uralt bekannt, stellen wir wieder nachvollziehbar her. Das ist so der Weg, den ich quasi aus meiner Krankheit heraus versuche weiterzugeben. Das Thema Entgiften, körperlich wie mental, spielt dabei auch eine Rolle? Ja, geistig entgiften heißt, ich muss mich wieder finden unter all dem verschütteten Schutt meiner Konditionierung und der Falschinformationen. Nicht, dass das Wesen, ich, das ich tatsächlich bin, lebt unter einem Berg von Falschinformationen. Den schütte ich beiseite und dann schaffe ich die Toxine aus meinem Körper. Und ich muss mich geistig und körperlich entgiften. Und wir haben das ja in der Zellavita, unten ist ja der Stand umgesetzt, in hochwirksame Möglichkeiten, dem Körper wieder diese Mikronährstoffe, diese echten, und nicht wieder diese amerikanisierten, sondern die echten wieder zuzufügen, weil eben da ein Mangel ist. Also auch ein Mangel vor dem Hintergrund, dass wir uns darüber im Klaren sein müssen, dass das, was die Ernährung, auch wenn wir alles richtig machen, liefert und bietet heute nicht mehr das ist, was an Stoffen dem Körper zur Verfügung gestellt werden sollte. Das ist vielleicht vor 50, 60, 70 Jahren noch anders gewesen. Auch hier hat die Ernährungsindustrie eher Schaden angerichtet als Nutzen. Prof. Dr. Hoffmann von Hohenheim hat über 6.000 nachvollziehbare Untersuchungen über Nahrung gemacht und bewiesen, dass je mehr Licht in der Nahrung ist, desto gesünder ist die Nahrung. Also es ist eindeutig, es ist das Licht. Und ich muss allerdings ja da einen klaren, konsequenten Weg gehen, dass der einfach ist, das sagt niemand. Gerade weil wir ja so auch mit sogenannter Information nicht total, es ist eine, zum Beispiel jetzt mit natürlichem Kalzium, es ist im Moment eine unglaubliche Desinformationskampagne von Kalzium in allen Medien, weil Kalziumcarbonat ist synthetisch, der Körper braucht es nicht, der Körper will es nicht. Und nur das wird vom Arzt verschrieben und jetzt kann man überall in allen Bezahlten Blogs lesen, wie gefährlich Kalzium ist und das ist eine, es ist, ja ich muss, es ist eine Lüge. Verdummung, darum geht es ja. Ja, aber gut. Nicht, aber das hier, darum geht es und wenn das gelingt, die Realität zu erkennen, der hält dann auch den Schmerz aus. Nicht? Aber es ist natürlich auch... Auf der anderen Seite, wenn wir uns jetzt hier und heute, du hast es vorhin gerade gesagt und das sollte man vielleicht nochmal unterstreichen, 16 Jahre nachdem dir gesagt wurde, das mit Weihnachten wird nichts mehr, wir hier das Gespräch führen können, dann wird natürlich deutlich, welche Möglichkeit ich über das Thema Bewusstsein habe und mit dem Thema Bewusstsein dann auch Dinge im Organismus verändern kann, anschieben kann und die Dinge, die du angesprochen hast, sind ja inzwischen auch von der wissenschaftlichen Seite, was die Zusammenhänge betrifft, offenkundig. Von der nicht bezahlten Wissenschaft, von dem kleinen Rest, der noch frei ist, ohne jeden Zweifel. Ja, gut, das ist letztendlich natürlich das Problem dieser Wissenschaft, wie auch immer. Die Informationen bekommt man bei euch. Ich will auf die, du hast es angesprochen, auf die beiden Publikationen noch hinweisen. Ja, das Entgiftungsbuch liegt noch zu Hause. Das ist, ja, das gibt drei Publikationen, aber die, die jetzt dabei sind, einmal den Pfad der Sufis gehen, also etwas von altem Wissen praktizieren, umsetzen und leben. Du hast es selbst bei dir jetzt nicht nur theoretisch, wie du gesagt hast, gemacht, sondern eben auch umgesetzt und Selbstheilung durch neuronale Steuerung. Ich suggeriere mich gesund, das ist das beste Beispiel, wie du das gesagt hast, bis dann eben die Festplatte irgendwann mal crasht und sagt, okay, jetzt brauche ich das Ding nicht mehr. Nach 16 Monaten Diagnose gesund, vorher Weihnachten ist nicht und jetzt Diagnose gesund. Herzliches Dankeschön. Ich danke dir. Dankeschön.